moin leute willkommen zu einem video hier auf meinem kanal ich hoffe euch geht es gut mir geht es sehr gut ich habe mir ein neues auto gönnt nämlich den ford focus rs ich hoffe natürlich er gefällt euch aber das natürlich noch nicht alles bevor wir das rennen machen was gerade links neben uns sich befindet kommt noch ein kurzer carport und dann sehen wir uns gleich auch direkt im rennen bis gleich kreis I am restricted, fixed upon the web I need to kick the habit that my mind is breathing in Break out, I've got to see Spent all my life holding all of it closely I played it innocent, a feel of discontent I'm finally facing it all, fearless Fear 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 Jeremy Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich nehme an, unser Ziel ist wohl kein Showdown-Rennen. Nein, aber wir lassen es so aussehen, um nicht aufzufallen. Und wieso? Nun ja, die Regierung mag offenbar keine unangepassten Bürger. Sie haben uns letztes Jahr in Ventura Bay aufgespürt. Wir hätten es fast nicht geschafft. Seit wir hier sind, veranstalten wir Rennen, um nicht aus der Übung zu kommen. Man weiß nie, ob man nicht irgendwann plötzlich abhauen muss. Und wofür braucht ihr mit? Man wird nur besser, wenn man gegen die Besten fährt. Und wir müssen besser werden. Das nehme ich mal als Kompliment. Zeig mir, dass du wirklich so gut bist. Dann reden wir über deine Bezahlung. Wenn man immer auf die Bezahlung muss. So Leute, los geht's. Es könnte zwar sein, dass wir das Rennen leicht verkacken, aus dem Grund, weil mein Auto noch nicht eigentlich die Stufe erreicht hat, die für das Rennen notwendig ist. Wir haben heute einen Neuzugang, der euch richtig einheizen soll. Ich hoffe, ihr haltet dagegen. Deswegen, wir werden's einfach sehen. Aber falls wir das Rennen verkacken, dann hab ich... Ja. Irgendwie glaube ich's in den End haben. Na dann, ich hoffe, ich hab mich nicht in dir getäuscht. Ich hoffe es auch nicht. Aber... Das sieht gar nicht so schlecht aus. Wie ich es mir eigentlich gedacht hätte. Ich denke, wir sollen immer wieder so ein Erster werden. Ich muss mal gucken, ob man's schafft oder nicht. Du musst in diesem Rennen nicht nur mich besiegen. Ei, 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 da ist er dort vorbeigezogen. Ja, was war ich denn? 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 Ja. Seht ihr, wer vorne ist? Vielleicht holen wir ja da noch den Sieg? Wir sind wohl nicht so gut, wie ich dachte. Ja. 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 Ja, ja. Untertitelung. BR 2018